Hey, du willst Audio-Overlays haben, so wie DJ Beast Boy in seinem letzten Video? Na dann pass mal gut auf hier! Was? Du willst ein Overlay haben und es soll dann auch wie das hier zur Musik ausschlagen? So viel geile Witz, mit Charme und Witz, so wie DJ Beast Boy, wenn er an seinem Mic sitzt. Also halt dich fest, es wird vermoost, denn alles was wir dafür brauchen, gibt es kostenlos. Und zwar hier, auf diesem schönen Kanal und ich bin kein Rapper, deswegen lasse ich das jetzt mal. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video! Und ich möchte noch voraussagen, all die Presets, die du jetzt am Anfang gesehen hast, kannst du kostenlos finden. Und eins kannst du sogar auf meiner Webseite kostenlos downloaden. Ja, und die anderen musst du finden. Und zwar habe ich die versteckt in einem Audio-File. Und zwar in diesem hier. Um diese Audio zu entschlüsseln, gebe ich dir ganz am Ende noch einen Hinweis. Okay? Aber jetzt erstmal weiter mit dem Video, was im Prinzip eine Abwandlung des Audio-Visualizer-Tutorials ist, was wir das letzte Mal gehabt hatten. Und für die, die das letzte Mal noch nicht da waren, du brauchst dafür DaVinci Resolve, was ein kostenloses Videoschnitt- und Animationsprogramm ist. Meiner Meinung nach besser als Adobe, aber sagt es niemandem. Das kannst du dir auf der Blackmagic Design Website runterladen. Link dazu ist in der Beschreibung. Klickst hier auf runterladen und dann holst du dir hier auf der linken Seite die kostenlose Version. Und wenn sich DaVinci Resolve geöffnet hat, möchtest du zuallererst in Fusion gehen. Das ist der Reiter hier unten. Okay, dann brauchst du noch die Reaktor-Plugin-Sammlung, die ich dir auch unten verlinkt habe. Hier klickst du auf diese Reaktor-Installer.lua-Datei. Die lädst du dir runter und dann ziehst du die einfach in Fusion hinein. Jetzt kannst du das installieren und für die, die es schon mal gemacht haben oder schon installiert haben, kannst du unter Scripts Reaktor Open Reaktor klicken. Okay, jetzt öffnet sich Reaktor und er fragt uns, welche Plugins wir installieren wollen. Da geben wir hier oben Audio ein und da wollen wir die Waveform von Yippie und die Suckless Audio Modifier. Nachdem du die beiden angewählt hast, kannst du einfach auf Schließen klicken und dann DaVinci nochmal neu starten. Okay, jetzt geht es darum, das Ding zu basteln. Aber damit DaVinci Resolve deine Audio lesen kann, solltest du es zuallererst einmal in eine Wave-Datei konvertieren. Am besten mit Audacity oder Cloud Convert. Beides ist vollkommen okay. Cloud Convert ist ein kostenloser Online-Service, wo du einfach deine Audio rein droppen kannst und das Ganze dann mit diesen Settings übernehmen kannst, auf OK klickst und dann auf Convert und dir dann nochmal runterladen kannst. Meiner Meinung nach ein gutes Tool, um schnell mal irgendwas zu konvertieren. Okay, wenn du jetzt die Audio für deine Animation hast, dann wird es jetzt Zeit loszulegen. In DaVinci Resolve möchtest du zuallererst in die Edit Page gehen. Dann möchtest du hier oben unter Effects Library dir eine Fusion Composition suchen. Wenn da bei dir keine Fusion Composition auftaucht, drück einfach mal auf Toolbox. Die ziehst du hier rein und dann ziehst du einfach deine Audio Frame genau hier darunter. Wichtig ist, dass die beiden wirklich zum selben Start Frame anfangen. Dann verlängerst du die rechte Seite. Wichtig ist, dass du nicht die linke anfällst bis ganz nach hinten. Jetzt geht es darum, das Ding zu bauen. Auf geht's! Wir gehen in Fusion hinein. Okay, in Fusion möchten wir zuallererst einen transparenten Hintergrund erschaffen, damit wir das immer über alles andere drüberziehen können. Dazu suchen wir uns mit Shift Space einen Background raus und in diesen Background ziehen wir den Alpha Kanal runter. Okay, anschließend holen wir uns hier eine Merge Note raus, was im Prinzip eine Ebene ist und ziehen die in den orangenen Pfeil und verbinden die Merge Note in den Media Out. Okay, jetzt möchte ich meinen Media Out auf meinen linken Viewer ziehen, damit ich immer sehe, was ich am Ende sehe. Und den linken Viewer, den kann ich nutzen, um mir etwas anderes anzuzeigen, zum Beispiel das Merge, was allerdings gerade noch genau das gleiche ist. Okay, jetzt möchte ich etwas anderes machen als das, was ihr im Intro gesehen habt. Ich möchte nämlich jetzt Rauten an der Seite haben. Dazu suche ich mir ein Rectangle. Hier aus der oberen Leiste suche ich mir ein Rectangle raus, klicke das an und wenn ich das jetzt auf den Viewer ziehe, dann siehst du schon, wie das aussieht. Und eine Raute ist immer quadratisch. Deswegen möchte ich jetzt das Format ändern, von einem 16 zu 9 zu einem quadratischen Format. Dazu gehe ich hier oben auf Image, klicke von Default auf Custom und nehme hier die Use Frame Format Settings raus und gebe hier genau das gleiche in der Höhe wie in der Breite ein. Okay, als nächstes suche ich mir hier ein Background raus und verbinde das Rectangle in den Background. Okay, wenn ich mir den Background angucke, dann sehe ich, der hat auch wieder 16 zu 9 Format und kein quadratisches Format. Dazu gehe ich also wieder auf Image, nehme hier die Auto Resolution raus und gebe hier oben wie unten genau dasselbe ein. Okay, jetzt habe ich schon mal ein quadratisches Format. Jetzt möchte ich nur eine Outline erzeugen. Hier im Tool Rectangle auf Solid und erhöhe die Border Width. So, jetzt habe ich nur die Outline und die Raute möchte ich jetzt natürlich auf die Spitze stellen. Dazu gebe ich hier unten im Angle 45 Grad an. Okay, und das schiebe ich dann in der Position auf 0, also genau an die Seite. Und wenn ich mir jetzt den Background angucke, dann sehe ich, meine Raute ist schwarz. Und das kann ich ändern, indem ich hier in den ersten Tab des Backgrounds gehe und hier eine weitere Farbe eingebe. Jetzt ist das schon mal in dem richtigen Format für die Raute, aber das ist ja noch nicht auf unserem 16 zu 9 Format. Dazu kopiere ich mir hier jetzt mal mit STRG C und STRG V die Merge und den Background und füge das Ganze genau hier so ein. Und lasse mir mal die Merge anzeigen. Und jetzt möchte ich die Merge hier rüberschieben. Jetzt haben wir schon mal das Ding an der richtigen Stelle. Jetzt muss es sich bloß noch zur Audio bewegen. Dazu klicke ich auf das Rectangle und jetzt möchte ich die Width mit dem Audio Modifier ausstatten, den wir uns runtergeladen haben. Dazu klicke ich mit Rechtsklick drauf, Modify Width, Audio Wave. Und jetzt habe ich hier oben einen weiteren Tab geöffnet bekommen, der sich Modifier nennt. Ganz kurz zu den Modifiern. Modifier sind quasi separate Informationen, die separat parallel zu allen anderen Dingen in DaVinci Resolve, also in Fusion, gespeichert werden. Das heißt, ich kann diesen Modifier, wenn ich ihn einmal angelegt habe, auf jeden einzelnen Wert anwenden. Okay, wenn ich jetzt hier oben auf Modifier klicke und hier unter Browse mir die Audio raussuche, die ich vorhin konvertiert habe, dann siehst du, dass ich jetzt, wenn ich auf Tools klicke und Play drücke, dass sich hier jetzt der Wert von Width immer zwischen Minus noch was und 1 hin und her bewegt. Und das liegt an der sinuidalen Bewegung. Wir möchten also in den Modifier gehen und möchten hier erstmal auf Unsigned Max klicken. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier den Offset zu erhöhen, sodass der schon eine Startgeschwindigkeit, so einen Startwert bekommt und nicht von 0 startet. Okay, jetzt siehst du, das ist allerdings eher ein Parallelogramm oder eher ein Rechteck, kein Quadrat. Und deswegen möchte ich diesen Audio Modifier auch mit der Height connecten. Und das hatte ich dir ja gerade eben gesagt. Einmal angelegt können wir diesen Modifier für jeden beliebigen Wert verwenden. Ich muss dazu bloß noch auf Height klicken mit Rechtsklick. Connect to Audio Wave 1 Output. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, habe ich meine Speerspitze, die sich wunderbar bewegt. Um diese Speerspitze sich schön bewegen zu lassen, sodass es aussieht wie ein visuelles Echo, suche ich mir eine Trails Note. Mit Shift Space suche ich also nach Trails. Und zu dieser Trails Note hatte ich schon mal ein Tutorial gemacht. Aber nochmal kurz, diese Trails Note erzeugt ein visuelles Echo. Wenn ich mir die jetzt hier anzeigen lasse und den X-Offset erhöhe, dann siehst du, dass sich das Ganze jetzt nach rechts bewegt. Aber für immer und das würde ja den ganzen Frame überdecken und deswegen nehme ich den Gain etwas runter und vielleicht den X-Offset auch nicht ganz so hoch. Und schon habe ich, wenn ich auf Restart klicke, die neue Animation. Und wenn ich das Ganze jetzt gespiegelt haben möchte, dann suche ich mir hier eine Merge Note raus. Gehe von der Trails Note in den orangenen Hintergrund und gehe ebenfalls in den Vordergrund. Dann lasse ich mir mal die Merge Note anzeigen und gehe hier oben unter Angle auf Flip. Und schon wird das Ganze gespiegelt. Okay, und wenn ich mir das jetzt so angucke, dann ist das unser Audio Overlay. Aber ich finde, wir können das noch ein kleines bisschen aufpeppen. Und was hier fehlt, ist Glow. Also, ich möchte dem Background zuallererst mal eine andere Farbe geben. Und zwar eine Farbe, die mir gefällt. Ich persönlich liebe Rot. Und dann möchte ich mir mit Shift Space einen Glow raussuchen und den hier einfügen. Den füge ich direkt vor der allerletzten Merge rein. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit unter Glow Size und Glow das Ganze so anzupassen, dass es leuchtet. Und wenn ich mir das angucke, sieht das Dach schon noch um einiges spacier aus. Und schon haben wir ein richtig cooles Overlay. Oh, und apropos Audio Overlay. Jetzt kommt der Tipp, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also, wenn du jetzt noch weitere Audio Presets finden willst, dann hör dir diesen Tipp an, entschlüssel ihn und hol dir die Presets. Viel Spaß. So, ich hoffe, dass dieser Tipp dir geholfen hat. Jetzt auch die restlichen Audio Overlay Presets zu finden. Und nicht vergessen, es gibt noch ein zusätzliches kostenlos auf meiner Seite. Das habe ich dir unten verlinkt. Da, wo du noch ganz viele andere Presets für DaVinci Resolve findest. Also, nicht vergessen zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.